Wir sind hier in einem neuen Entenladen. Was heißt neu? Für mich halt neu oder für uns, weil ich dann noch nicht war. We order for you already duck. Is it okay? So, hier, schau her. Das ist in Chantalais. Also in der Nähe ist ja die Boat Avenue da vorne. Also ich war noch nie in dem Geschäft, aber es schaut lecker aus. Und hier haben wir die Enten. Schauen wir mal wie es schmeckt. Aber ich denke, es wird schon schmecken. Schauen gut aus auf jeden Fall. Sehr knustrig. Auch die Schweinsachsen schauen lecker aus. Hier haben wir Salabau. Familienbetrieb gibt es anscheinend schon lange. Hier haben wir die alten Bilder vom Königshaus. Die Frau. Die Frau. Die Frau. Die Frau. So, das muss ein sehr alten Shop. Die Ente hier ist sehr lecker. Wie schmeckt es dir, Kerna? Gut. Gut. Gibt es dir, Selina? Es ist wirklich gut, die Ente. Es ist sehr gut. Wenn man dort gut duck places. Gut dann wie bei Mutter. Hier das da ist Ginger. So, also nicht frischer Ginger, sondern so, wie sagt man, eingelegter Ginger. Ja, ich habe mich gerade mit dem Chef hier unterhalten. Es ist die zweite Generation, hat er mir erzählt. Und die sind also schon über 20 Jahre in dem Platz. Aber in der Area schon noch länger natürlich. Und ja, muss man sagen, super frisch. Schmeckt einfach nur lecker. Und sehr zu empfehlen, wenn einer original thailändisches Frühstück. Er wird ja oft zum Frühstück gegessen. Er wird den ganzen Tag gegessen. Ente hier. Aber seine Ente, muss ich sagen, verdient den Anspruch unter den Besten zu sein. Und ich habe viele geteilt. Ja, das ist hier seine Speisekarte. Dann haben sie auch hier so Befrischungsgetränke. Die Chayenne ist auch gut. Habe ich gerade probiert. Und da gibt es halt noch andere Trinks. Also echt zu empfehlen. Ah, hier war so Dimsum. Dimsum durch. Hat auch ein wenig Dimsum. Dimsum, you make? Ja. Ich mache das selber. Ja, schön. Nice, enough. Gut. Salabau. Dimsum hat er auch. Wunderbar. Guter Laden. Ja. Hast du den Dimsum hier probiert? Ja. Dimsum ein wenig. Ja. Er macht ihn auch selbst. Wir probieren es nächste Mal. Okay. Wir gehen. Hast du die E-Mail bekommen? Ich habe die E-Mail bekommen. Okay. Bitte abonniert unseren Youtube-Kanal und drückt auf die Glocke. Ich habe die E-Mail bekommen. Dimsum. Untertitelung des ZDF, 2020